So Freunde, willkommen zu einer weiteren Ausgabe Wissens. Wer hat das aus der Woche? Da ist wieder ein bisschen was passiert. Dann können wir eigentlich direkt mit dem Thema einsteigen. Ich muss ja auf den anderen Bildschirm wieder gucken. Dann starten wir mit dem, was für sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Was ich dann auch gemeldet habe im Sinne in meinen Videos, dass es das gibt. Und dann gehen wir jetzt mal drauf ein. Also es ist natürlich so gewesen, dass der Praktikant von Small Giant zugeschlagen hat. Als ich über WhatsApp die Nachricht gekriegt habe, dass ich ein Angebot kaufen soll, dachte ich, okay, das muss ja schon was Gutes sein. Ich habe dann geguckt, okay, zwei Heldenmünzen, eine Truppenmünze und 20 mal 50.000 Nahrung. Ja, okay, 3,49 ist jetzt nicht so der Brüller. Bis ich dann gesehen habe, oh, leck mich am Arsch, das sind ja 500k. Normalerweise sind diese 500k, die man dann 20 mal kriegen kann, so 32,99 angeboten. Ja, da habe ich mir gedacht, okay, das kannst du gebrauchen. Habe dann auch direkt viermal gekauft, kein Geheimnis. Und ja, habe mich dann darüber gefreut. Weil wie gesagt, das entweder soll es halt 50k mal 20 sein oder 500 mal 2. Also beides macht Sinn, irgendwie eine Null zu viel, egal wo. Ja, dann habe ich zum Erschrecken und auch zum Erschrecken vieler anderer festgestellt, dass es dann so aussah. Ja, und das ist jetzt halt so das Problem. Okay, ja, also ich, auf der einen Seite sage ich mir, Fairness für alle. Dann packt es wieder rein, lasst es dann, dass alle das kaufen können. Euer Fehler, ja, also ich würde sagen, jetzt, ich will eigentlich nicht immer diese Vergleiche bringen. Ja, aber in dem anderen Spiel, was ich spiele bei Gemstone, die haben letztens auch einen Fehler gemacht, dass du bei einem Event alle Belohnungen doppelt holen konntest. Und was war? Das wurde denen mitgeteilt und die haben gesagt, okay, es war unser Fehler. Habt da Glück gehabt. Es wird keiner dafür gesperrt, gebannt, es wird nichts zurückgezogen. Ihr habt Glück gehabt, es war unser Fehler. Tut uns leid dafür, aber, also tut uns leid, mit einem Zwinker-Smiley haben sie gemacht. Ja, also da wird das komplett anders gehandhabt. Ja, und hier wird es jetzt halt einfach gestrichen. So, jetzt ist es natürlich die Sache. Jetzt kannst du das natürlich auch wieder so sehen, dass es ein limitiertes Angebot war. Ja, das wäre jetzt so die Alternative, die man anderweitig vertreten kann, so als wenn, keine Ahnung, du in den Supermarkt gehst und da sind Angebote und wenn du da bist, sind sie weg, Pech gehabt. Finde ich jetzt nicht in der Brüller, weil es dann jetzt halt hier, wenn es für alle jetzt so geht, ja, aber was wäre die andere Alternative gewesen? Den Leuten, die es gekauft haben, das wieder wegzunehmen, dann geht's los. Haben die die Nahrung schon ausgegeben, dann muss das alles rückgängig gemacht werden. Haben die die Münzen schon ausgegeben, die Helden müssten rückgängig gemacht werden. Das Geld müsste zurück überwiesen werden. Ja, also die hätten sich keine Freunde gemacht. Die Win-Win-Situation für alle wäre gewesen, die, die das gekauft haben, behalten es. Die, die es nicht gekriegt haben, das Angebot wird wieder reingestellt. Die kriegen das, können das kaufen. Die, die es, wie gesagt, gekauft haben, freuen sich. Die, die es verpasst haben, freuen sich auch, dass es wieder kaufen können. Und Small Giant steht als Gönner da. Ja, und sie sagen, ja, hier, wir geben euch ja die Möglichkeit, das nochmal zu kaufen. Wir sind ja so toll. So, Win-Win für alle. Aber, nein. Dann kam erst mal das. There was an issue with today's calendar that has now been resolved. Apologies for the confusion. So, ja, sehr schön, ne? Das ist ein Fehler aufgetreten. Der wurde jetzt behoben, haben wir dann gesehen, ja? Die Nahrung ist dann weg. So, und dann kam das noch. Ähm, vielen Dank für, dass ihr diesen Fehler oder diese Sache, äh, zu unserer Aufmerksamkeit gebracht habt. Das ist jetzt blödes Deutsch, aber es ist jetzt so eins zu eins, ne? Ähm, dann wird das erklärt, okay, was da passiert ist. Ähm, menschlicher Fehler, ja, Praktikant und so, ne? Ähm, so, und dann haben wir überlegt, dass wir, äh, dass, äh, die Nahrung nicht wieder von den, äh, den Spielern klauen. Und das hat, äh, mehrere Gründe. The players made the purchase decision based on the contents of the offer. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Es ist da, wir haben es gekauft. Ist halt nicht unser Fehler, ne? Ähm, das, was ich ein bisschen komisch finde, wir sind nicht, äh, uns ist nicht möglich, ähm, das mit den, äh, den, den Geschäften auf iPhone, iOS zu regeln. Wo ist da das Problem? Weiß ich nicht. Hört sich für mich wie eine Ausrede an, ja? Ähm, aber trotzdem, wir, wir reden über eine große Menge Nahrung, äh, die nicht das Game bricht. Klar, du kannst es dir innerhalb von ein paar Monaten alles selber erarbeiten, aber es hilft dir natürlich in dem Moment weiter, ja? Ich meine, mein Aufstiegsmaterial tut auch keinem weh, wenn da mal ein Bug drin ist. Und du kriegst zwei. Bricht auch nicht die Game Economy. Ja, also, ähm, Weiß ich nicht, ja? Weiß ich nicht. Schreibt doch einfach dann, äh, Fernesshalber machen wir es wieder rein. Jeder hat es fertig. Ihr kriegt doch mehr Geld dafür, ne? Das sind dann 12 Euro, das sind 13 Euro. Und, ähm, haben oder nicht haben, bei dem Angebot die Leute kaufen das. Ja? Selbst vielleicht die, die nicht so viel kaufen. Also, ähm, ja, ne? Wir, wir, wir planen nicht diese, diese Broken Offer zurückzubringen. Ähm, falsch, falsch gehandhabt, meiner Meinung nach, ja? Falsch gehandhabt. Gut, das war die Aufregung, die wir hatten. Ähm, ja, ich hatte tatsächlich auch, äh, wieder ein paar Aufregungen hier im Spiel, ja? Also, ähm, diesmal eher, eher positiv, ja? Ähm, also, ich, ich möchte mal sagen, ich habe ja diese Angebote gekauft und dementsprechend hatte ich dann Münzen. Ja, mit diesen Münzen habe ich dann gespielt, weil ich mache keine Beschwörungsvideos, nur für Einzelmünzen. Also, so, wenn ich fünf Stück habe, dann verballere ich die, wenn ich gerade Bock zu habe und weiß, ich lade nicht, keine Beschwörungen. So, ne? Dann muss ich nicht für fünf Münzen ein Video machen. Wäre totaler Quatsch. So, aber es kommt dann vor, dass dann sowas bei rumkommt. Ja, keiner sieht es. Mir passiert es dann. Ähm, dann war es so, da war es so, ich habe, ähm, noch ein bisschen, ähm, haben wir gespielt? Ich habe noch ein bisschen Rocket League gespielt. Das war dann, und dann noch, äh, Borderlands und so, ne? Mit zwei anderen. Und, äh, dann war es so, dass, ähm, das halb vier morgens war oder viertel nach drei oder so, und ich habe mir gedacht, hm, den Kater hättest du schon gerne. Spontan beschwörst du einfach mal. So. Eine Zehner. Ja, also auch nicht aufgenommen. Ich zeige auch gleich, ähm, dass das nur eine Zehner war. Ja, Es ist, es ist der Wahnsinn, ja? Es ist der Wahnsinn. Ähm, ich möchte nur noch mal sagen, ich habe immer noch nicht genug Fernrohre, um Frost Nummer 1 oder Kobalt zu leveln. Kobalt wartet immer noch, ja? Und jetzt kriege ich einen zweiten Frost und einen Rumpelstiel, den wieder blau. So, und dann auch, also hier, um das dann einmal zu zeigen, ja? Ich hatte hier, siehst du, die Münzen. Da war dann, äh, der Mümmelmann, da drunter, keine Ahnung was, da war ja hier ein Drei-Sterner, ja? Das hat nicht so hingehauen. Und dann siehst du hier eine Zehner. Ja, jetzt kannst du mir natürlich unterstellen, ja, hier unten wären jetzt auch noch Zehner gemacht worden. Nein. Nein. Glaub mir einfach, ist nicht. Ist nicht. Ja? Und, ähm, es war, wie gesagt, diese eine Zehner und dann siehst du, ich hab damit dann Sabine aufgelevelt, die ist ja mittlerweile, ähm, fertig. Ja, und dann kam gestern auch nochmal so ein Angebot mit Münzen. Da hab ich dann auch direkt verballert und, ähm, ganz sehr denkend. Wieder blau. Hahaha. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwas mach ich, mach ich im Moment falsch, ja? Ich krieg nur, nur blaue Hellen. Und, ähm, ja, das war erstmal so, ähm, wieder mein, mein Glück, aber auch gleichzeitig mein Leid, ja? Also, ein paar Leute wussten es schon vor dem Video, aber, ähm, kann doch nicht sein, oder? Magant. Also, nein. Ah, ja gut. Aber machst du nix, ja? Bisher ein Fünf Sterne als gar nichts. So, und dann, ähm, haben wir noch so ein bisschen, ein bisschen Loot, was wir noch eben abklappern können. Ähm, lila seltener Titan, kam Wappenrock, 50 Embleme, ja? 50 Embleme kennen wir irgendwo her. Und zwar hier raus. Ja, am Ende bin ich bei dem Turnier auf Platz 1287 gelandet, was für, ähm, sehr schnelles Turnier ohne Einkauf eigentlich für mich, äh, ein Top-Ergebnis ist, ja? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hier nochmal die zweite Stufe, da ist dann nur noch diese Unterwildnismünzen dabei. Ähm, davor war wieder Wintermantler, also, also nichts Tolles, ja, nichts gravierendes. Ja, das war der Loot und das waren Beschwörungen. Ähm, lief eigentlich gar nicht mal so schlecht, ja? Aber es ist natürlich immer schade, also, das, äh, es ist wirklich schade, dass diese Sachen dann meistens immer offline kommen. Na, deswegen habe ich mir jetzt überlegt, achso, die habe ich durch das Abschließen gekriegt. Ich habe fünf Münzen, die hauen wir jetzt hier raus, in diesem Video, jetzt, in dem Moment. Das Ziel, ich weiß, ich habe schon gesagt, wenn ich einen Hasen noch kriege, ja, dann ist es er hier. Ich wette mit dir. Ich kriege, als ich überhaupt einen kriege, ist es eher er als sie. Ja, und, ähm, wir gucken einfach mal, ähm, das, weil die laufen halt immer so zwischendurch. Wenn ich eine kriege während des Events, dann haue ich die einfach raus, ja, also, da mache ich nicht extra ein Video für. Ich wüsste nicht, ähm, ob das, dass das in irgendeiner Art und Weise Sinn macht, ja, nur für einen, äh, für fünf Beschwörungen, die dauern, wenn das schnell machst, zehn Sekunden, ähm, da, oh, jetzt habe ich außerdem nochmal gedrückt, ähm, das lohnt einfach nicht, ne? So, aber jetzt nichts, das ist typisch, ja, jetzt, wenn ich es wieder aufnehme, passiert nichts. Wir haben hier noch eine, ich würde sehr gerne, sehr gerne würde ich eigentlich ihn haben, einen gestiefelten Kater. Aber wir kriegen Gunnar. Okay, aber auch wieder blau. Also, ähm, ja, da, äh, da hapert es noch so ein bisschen, hier siehst du, der Rumpel, Rumpelstielzinn, da ist der zweite Frost, da ist der Hahn, Kamm, ähm, ja, ein bisschen, Sabina ist hier fertig, aber wir müssen mal eben, Grimbel, Grimbel weitermachen, ja, der ist jetzt der Kandidat, der, ähm, weitergelevelt wird, der hat auch die, logischerweise dann die Rücke gekriegt, da mal eben, so, das haben wir, dann gucken wir hier einmal, so, da ich ja auf der Jagd nach, ähm, Fernrohren bin, habe ich jetzt auch, das hier unten mal angeworfen, habe da einen Geheimtrunk reingeballert, ne, das ist dann in sechs Tagen fertig, wir gucken einmal hier, da ist nichts Besonderes, und dann nehmen wir die hier noch raus, okay, so, wir haben wieder für zwei, Buch der Taktik, ohne Frage, nehmen wir Buch der Taktik, müssen wir ja gar nicht weiter überlegen, so, Kämpfer, oder Barbar, Barbar ist im Moment Ametrine, brauchen wir also nicht unbedingt, ich würde hier tatsächlich die Kämpfer, da brauche ich auch nicht überlegen, weil Kämpfer habe ich viele, äh, das geht los hier, ne, beim, bei Thor, das geht dann weiter, bei Panther, das ist dann auch wieder hier, mit Delilah, mit, den haben wir noch hier, Kingston, Missandra, so viele, ja, ein zweiter Panther, den man noch machen könnte, ähm, das ist sehr viel, also da müssen wir nicht unbedingt, hier fehlt noch eins, okay, gut, also können wir, warte mal, können wir den, Panther auf 18 bringen, oh ja, tada, so, jetzt ist die Frage, nehmen wir die Mana noch mit, oder nicht, ähm, Panther kriegt bei mir meistens eh immer die 30er, und ist in Kombination, mit Cage dabei, brauche ich also nicht, weil Cage kriegt, dann kann auch eine 11er kriegen, ja, selbst wenn ich wieder mit 3 Lilanen reingehe, ähm, was das eigentlich, da müssen, können wir die nächsten 52 Embleme, die wir haben, weitergeben, an wen weiß ich noch nicht, vielleicht, Thor, wahrscheinlich nicht, ich habe noch keine Ahnung, müsste ich mir überlegen, weiß ich noch nicht, vielleicht ja, oh, vielleicht ja in den, der hier rauskommt, wir wissen es nicht, vielleicht ist es ja mal ein cooler Held, wahrscheinlich, ein blauer Held, den ich noch nicht habe, haha, ein rosa, sehr schön, Elena langsam, ja, ist ja wunderbar, dann, ähm, hasta la vista Elena, ach, es ist immer schön, so eine Woche zu warten, für, für nix, so, hasta la vista, und tschüss, schade, schade, immer um diese eine Woche, die da verstreicht, ja, die da ins Land geht, so, ähm, das sammeln wir auch rein, so, dann gucken wir mal, Turnier, ja, wir sind ja, gut in Form, was Turnier angeht, keine Heilung, vier Sterne, alle Farben, nehmen wir das, genau, das nehmen wir, das ist sehr gut, ihr Heiler, so, keine Heilung, alle Farben, ähm, ähm, ich muss dran denken, ihn umzubasteln, ja, weil, ich weiß jetzt gar nicht, wie ist das, wenn ich den jetzt hier in der Turnier der Farbe, kann ich den dann nur unkostümiert im, im Krieg nutzen, weil ich weiß dann nicht, ob ich den im Krieg brauche, also ich lasse den jetzt erstmal so, und dann, äh, muss ich dann dran denken, das zu ändern, was denn, wenn wir einfach mal mit denen, den spielen, das ist jetzt nur mal, nur mal eine Überlegung, so, ne, bräuchte ich denn noch, gelb bräuchte ich noch, na gut, Gullin Bursti bringt, ja nix, gelb, die eventuell noch, oder Nebel, die oder Nebel, vielleicht werden wir in dem Turnier dann Doppel Tiburtus mal sehen, ja, das wäre eigentlich auch ganz geil, die können wir natürlich auch beide reinstellen, ja, Doppel und Tiburtus, aber das macht uns dann anfällig für Gelb, das ist so der Knackpunkt, ich überlege gerade, ähm, wer am meisten Sinn macht in der Tankposition, Alle Gegner sind immun, äh, sind drei Runden immun gegen neue Boni, entfernt Boni von allen Gegnern, ich brauche irgendeinen Eckenheld, irgendeinen, der schnell neibt, bestmöglich in gelb, hab ich nicht, Tretel, na, Schakal, der fällt zu schnell um, also, die, die, ein Gobbler ist ja jetzt nicht der, der Brüller, das wissen wir alle, äh, es geht mir eigentlich nur darum, ah, kein, ja, so 170 Schaden eigentlich, den brauchen wir nicht, lassen wir mal gucken, ob man, Catmon dafür mitnimmt, säubert negative Statusänderungen von allen, wäre vielleicht nicht verkehrt, ne, wäre nicht verkehrt, was natürlich schade ist, dann kann ich Sabina nicht nutzen, in dem Turnier, schade, hätten wir gerne mal ausprobiert, hm, aber jetzt Catmon einmal, ist die Frage, nehmen wir den, der Boni entfernt, oder der, der uns hier ein bisschen safet, oder sonst keine Clean, ne, dann nehmen wir das so, würde ich jetzt, einfach nur mal damit, natürlich ist, es gibt jetzt wahrscheinlich hier, statt Ametrine könnte man Tiburtus reinpacken, aber ich, wenn, wenn ich die schon emblemiert habe, dann stelle ich sie rein, ja, also, ähm, da ich jetzt natürlich halt auch, dadurch, dass ich die halt emblemiert habe, werde ich natürlich auch stärkere Gegner kriegen, von den, also von den Punkten her zumindest, ähm, ja, dann lassen wir das einfach mal so, ja, der, der Witz hierbei ist jetzt, Nebel, soll, Mana drosseln, das Ziel und benachbarte Gegner sind, drei Runden im Moon gegen neue Boni, ja, okay, dann macht der auch, alles klar, super, Verteidigung gegen Spezialfähigkeiten, ne, deswegen bestmöglich links, damit die anderen dann reinhauen, und Mana, so, und dann kommen die, vom Gormack, der wird noch, äh, umgebaut, ja, in, in den, äh, normalen, weil dadurch, dass er dann der normale ist, wir brauchen keinen, der Minions killtiert, dann nehmen wir lieber, den, der dann 295% Schaden, auf benachbarten Gegner, also Schaden macht, um auf benachbarten Gegnern geringen Schaden und diese Verteidigung runtermacht, ähm, für 6 Züge, warte mal eben, Nebel, ah ne, ah ne, das passt, ja, und dann, als Tank, derjenige, der am meisten, Def hat bei uns, zerstört alle Lakaien vom Ziel, ja gut, ja, wir lassen ihn einfach mal drin, wäre schwer klein zu kriegen, mit 808, dann noch Paladin, klasse, macht sich da eigentlich ganz gut, als Tank, ja, und dann sie, testen wir mal, testen wir mal, das läuft, die werde ich wahrscheinlich auch mal mit dem Angriff nehmen, ja, so ein bisschen, äh, Variationen wieder reinbringen, entfernen Boni vom Ziel, das ist auch ganz gut, wenn dann, wenn dann Gegenschläge sind, und sowas alles, dann, ähm, dann sie da auch schön durchbrechen, ja, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, Catmon, ähm, umsäubern, dann gucken wir einfach mal, wie das läuft, so, gut, Freunde, dann haben wir das auch erledigt, ähm, sonst fällt mir auch nichts ein, was wir noch haben, so, ich würde sagen, dann sehen wir uns nachher im Livestream, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bloß sie Squiduhand, Untertitelung des ZDF, 2020